Musik Willkommen zur Live-Ziel der Laufenzeit. Nur auf Laufen soll sich gehen. Hallo und herzlich willkommen live aus dem Donny-Wieser-Frittling. Ja, es ist Samstag, 5 vor halb 8 und das heißt, es ist wieder Laufenzeit. Und da wir heute so einiges zu verteilen haben, würde ich sagen, wir legen direkt los. Ich sage 4, 2, 3. Ja, wie wir eben schon gesagt haben, heute gibt es viel zu gewinnen. Denn wir haben heute einen schönen Jackpot von 24 Millionen Euro für euch am Start. Wenn das mal keine schöne Summe zum Monatende ist. Und die erste Zahl zum Jackpot für heute ist die Nummer 12. Ja, letzte Woche wurde der Jackpot leider wieder nicht geknackt. Zum achten Mal war die erste Gewinnklasse wieder nicht besetzt. Ich drücke ganz herz die Daumen, dass wir es heute vielleicht verändern können. Stopp! Und wir pausieren einmal die Ziehung. Ich schaue für Herr Gebel zu mir. Wir haben scheinbar einen technischen Defekt. Herr Gebel will uns jetzt einmal kurz erklären, was hier passiert ist. Wir haben in diesem Fall keinen technischen Defekt, sondern die Tugenden sind nicht in den Stutzen gefallen. Das heißt, wir würden jetzt einfach ein Einzelzieg machen, die Funke nachziehen, sodass wir lange mehr sensibel werden. Aber damit werden die Ziehung wieder frei. Okay, also klar. Dann sage ich jetzt einfach nochmal, Ziehung frei. Und weiter geht's, einfach nicht irritieren lassen. Vielleicht bringt das ja auch ein bisschen Glück, dass wir heute den Jackpot mit 24 Millionen Euro knacken können. So, die zweite Zahl für heute. Das ist die Nummer 26. Ja, obwohl die erste Gewinnklasse am Mittwoch nicht geknackt wurde, konnten wir trotzdem ein paar von euch da draußen glücklich machen. Denn fünf von euch haben sich den einen nach dem Sechser gescheitert. Die nächste Zahl ist die Nummer 27. Ja, noch heute am Samstag kann sich der einfache Sechser blicken lassen. Denn heute gibt es in der zweiten Gewinnklasse ganze 2 Millionen Euro gewinnen. Das ist doch auch ganz nett. Die nächste Zahl ist die Nummer 29. Ja, ihr merkt schon, hier geht's heute um einiges. 24 Millionen Euro im Jackpot, 2 Millionen in der zweiten Gewinnklasse und auch im Spiel 77 gibt es nochmal 2 Millionen. Und die nächste Zahl zu glück ist die Nummer 4. Ja, in einigen Bundesländern, da endet dieses Wochenende die Sommerferien. Aber ein bisschen Glück unterrichtigen Zahlen, könnt ihr vielleicht direkt nochmal in Ordnung bauen. Die letzte Zahl für den einfache Sechser ist die Nummer 24. So, denn einfach im Sechser haben wir jetzt schon mal zusammen. Aber um den ganzen Jackpot von 24 Millionen Euro abzuräumen, braucht ihr wie immer, ihr wisst, auch noch die passende Superzahl. Und die ziehen wir jetzt, ich sag nochmal, die Jungs rein. Ja, heute ist offiziell der über das Wetter schön zu fahren. Aber ich würde sagen, bei 30 Grad, die sind die Sonne hier draußen, da gibt es gar nicht wirklich viel zu meckern. Genauso wenig wie über den Jackpot heute von 24 Millionen. Und die passende Superzahl dazu ist die Nummer 8. So, jetzt haben wir nochmal alle Gewinnzahlen im Überblick. Loppe 6 aus 49 gewinnt ihr, wenn ihr folgende Zahlen habt. Die 4, die 12, 24, 26, 29, 47 und die Superzahl 8. Die Super 6 habt ihr mit folgenden Zahlen gewonnen. Der 4, 1, 0, 2, 5 und der 1. Und Spiel 77 gewinnt ihr mit der 6, 1, 9, 6, 4, 7 und der 4. So, und das war's auch schon. Das war unsere Wochenendziehung. Ich zue ganz fest die Daumen, dass der Jackpot heute geknackt wird und eure Glückszahlen mit dabei sind. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne und bis mit vor. Tschüss.